Willkommen wieder bei Willkommen wieder bei Drei Rollstuhl Hey, hey, hey Komm auf Gabi Gabi, hol doch mal ein netter Tier her Da können wir bald die hier nebeneinander kommen Wie ist es? Noch so so ein Team, oder nicht? Bist du euch Marshmallow? Ja, wir Marshmallow Heute ist Let's Playtime Ähm, Gabi, ich bin schon schneller machen Mein Peder Mein Peder Peder Voller geiler Angefost, Mann Nein, dass sie Peder geworfen Ja, traut mal bitte Komm her, Gabi Ich hab ein besseres als du Ich hab keine Züge geworfen, ne? Das ist auch so abgelaufen Ich hab keine Züge geworfen, ne? Nein Ich hab eine Züge geworfen, ne? Ich hab eine Züge geworfen, ne? Willst du nicht bei Blau? Alessio, wo bist du eigentlich? Bei Blau oder Rot? Hallo, Alessio Willst du nicht bei unserem Team? Nein Nein Ich hab eine Züge geworfen, ne? Welcher geworfen wir mal Wahrscheinlich kicken Jojo Red Team ist now Winner Red Team ist now Winner Ey, Mann, ich hab keine Züge geworfen Fack mich das alle ab Babyficker Wer ist denn da? Wer ist denn da? Wer ist denn da? Wer ist denn da? Nein, ich bin da Ja, lass mich los, bin ich Hallo Du Schwanzwitschel Alessio, machst du das? Ja Fick deinen Leifermal Ich bin König Ich bin nur ein Sniper Ich bin nicht so ein Sniper Typ Wir sind sehr gut, aber Wir schießen nur einmal und müssen immer wieder vielleicht schlafen lassen Was? Gabi Ja Guten Tag Mann, hast du nicht recht Fick Ich komme dir zu helfen, hast du nicht recht Du hast überhaupt nicht geholfen Du hast überhaupt nicht geholfen Ich sag alle, wo du guten Tag fragen Ich hör auf den Schwachzen zu lassen Hallo Chola Ich komme gerade weg und du? Was kennst du? Ein Aufsicht zum Aufsicht? Ich halte die Zeit Mein Leif ist tot Komm, ich habe 28 Schläge Du 2 Ich habe dich gekriegt, die Opfer Ähm, wenn Menschen leben, dann sagen die immer, dass sie lebt Schon das sage ich in einer Aufnahme Was? Ich bin natürlich ein langweiliger Typ und ver- Blue Team is now winning Komm, dann kriege ich dich Alter, mit der Waffe bin ich so schlecht Ich habe bis jetzt nicht mal ein einzig Entschuldigung Red Team reversed the Gamescore Ich habe mich lag das, Mann Ich habe noch keinvero Kannst du fliegen, du willst lächst Los geht es fest Oh fuck, Alter Wir wollen auch ein bisschen spo tenho und hier lösen Achso. Mann, wir haben uns aufgepasst. Jetzt will ich mal WP... WP ist immer noch... Ist die nicht die irgendwas wieder? Nein! Okay, jetzt gehts wieder. Sorry Leute! Ja, wir haben alles gut bei dir, Junge. Was laberst du? Ja, wir machen. Die Soldaten haben uns gerade richtig gelaggt. Ja, ich hab ihn. Das war eigentlich voll absichtlich. Jaaa! Alter, der ist Laufort. Ey, es macht keinen Spaß, weil ich so zur Attacke. Ich hab aber voll die dummen Baffen. Ich hab nur eine Smeife. Ich hab die gar nicht an. Leg mich am Arsch. Ich verliere. Weh, du legst noch mal, du Hörlala. Alle, die verliere! Fliegerpack. Oh Mann, er soll aufhören zu lekeln. Oh Mann, er soll aufhören zu lekeln. Oh Mann, er soll aufhören zu lekeln. Ja Mann, mein Arsch ist noch gekillt. Mann, Dani lebt noch. Me lebt noch. Ja, weil die auch dann aufgetaucht sind. Hat mich mal... Ich hab auch nur auf einen Punkt. Alter... Leck mich fett am Ass. Wer ist? Nicht du, es hängt grad übel an mir. Bleu Team ist jetzt gewinnen. Ja, ich kann es eben. Hat eigentlich zwei Kanten. Dann gehen wir mal nach unten. Oh Gott, ich... Ich hasse sowas, wenn ich immer alles so laggen muss. Laggen? Ja, man sagt laggen. Laggen, laggen, laggen. Es laggt. Das ist die Behandlungstrafa. Sag mal, der Schiff. Du machst das voll scheiße, dein Arsch. Laggen. Sag mal, wenn du weggegen bist. Blü Team ist jetzt gewinnen. Boah... Alter... Lass mich das mit dich. Tag... Machst du das wiedergeist? Ja. Genau, ich will das lassen. Lacken schützt, ey. Du fickst das Leng. Nein, okay. Leck. Ah, die große Zeilen draufgehen. Ja. Oh Gott, das habe ich mit einem... Nein! Oh Gott, das ist ein Neymar. Juhu, ich habe mal einen Kill gemacht. Oh. Ja, das ist dein erster Kill. Junge, es lag bei mir übel, okay. Warum was du schneidest? Nein. Das ist aber krass für mich. Let me change it! Mahle, quele. 판is! Weil ich bist, du Mann. Nein. Wir sind der Yuke-Spie. Tada! Wie kann ich die neuen Handigungen spitzen? Ich bleib hier. Ich kann. Ich brauche nicht. Ich schnaipe auch. Ich glaube, sie werden die Kölz. Ich habe doch Wünschenklot. Ich habe doch Wünschenklot. Ich habe doch Wünschenklot. Ich schnappe nicht. Eine andere. Gott, scheiße. Mach euch bereit, Männer. Ich bin bereit. Oh nein. Er noch fehlt. Stammt. Ich habe sogar geholfen. Ich habe geholfen. Oh, dein Team. Ich bin ein, der ich mache. Du hast einen Senglisch abgeschossen. Ich habe mich beschossen. Gefällt mir überhaupt nicht. Ich wollte dich nicht haben. Ich habe wieder so eine Besserie. Oh Gott, wo ist der Wunenbock? Ach, halt so, dein Leifens. Das meine ich. Fred Mooney! F***! Boah, ich bin stolz auf meinen Zweikel. Oh Gott. Oh Gott, wo ist der Wunenbock? Hm. Ich kenne die für dich. Ich habe ihn zwar nicht gegen Sniper, aber die sind einfach nur scheiße. Ich kann nicht mehr mit ihm hier. Aber er fliegt einfach nur daran, dass er einfach schießt und danach einfach mal ganz kurz nachladen muss. So behindert. Na weiss was, leck mich. Ich krepier, macht mehr Spaß. Juhu. Ich bleib hier stehen. Ah, ich hab keinen Bock mehr. Töte zweimal. Juhu. Ich hab mich getötet. Juhu. Mann, ich bin ja stolz auf mich. Gebt mir den Ordn. Das Besten nur auf Team Stockert. Was für ein Spaß. Eine ist rausgegangen. Das ist ein rausgegangen. Von wem? Könnte ich eigentlich zu euer Team gehen? Ich will auch ausgehen. Ich will auch ausgehen. Aber nur um einen Wunsch zu wechseln. Hä? Ich bin der Beste. Nein Von unserem Team. Ja Alter. Ja Hör doch mal zu Hör doch mal zu! hh hey, böse Spasspuppe ACH LEGT MICHT ACH LÄGT MICHT ACH LÄGT MICHT yeah wer wie du will, reizt mal du Scheiß reizt der stirbt mh mh, geht so feuerweil also ohne Scheiß NOOOOIN die Bitterf- äh lau BOOH ich will ich fast gleich aus das war ich schon nein bin ich nicht das die KILL ich bin schlädt und es hängt noch dabei WTF hm ich dachte WTF was war das? scheiße mh ich bin auch völlig gestorben wo 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 wer jetzt gestorben habe ich nicht alles ich bin hier oben NOOOOIN ok wie kommt der mich sehen der fehlt mich hey man alle oh voll headshot ha ha was ist das kratz denn das ist gelogen hey nicht doch nicht scheiße ich hatte Sniper ich wollte die Karte helfen ich hab da gerade so aufgeschlagen und es scheiß mega was ihr sagt ich hasse Sniper so ne behinderte Waffe ja ja und es hängt ok wenn man da noch spielen soll und dabei zielen möchtest du wenn es dabei noch hängt ja wie der eine bei Oschi der guckt sich so an die ich schiffe sie